So, und damit sei einfach mal herzlich willkommen zum Trade-Up-Contract zur Dragon-Law. Viele Leute haben hier wirklich mir die Möglichkeit gegeben, das zu unterstützen, dass das, was wir jetzt machen, überhaupt möglich ist. Und den Paladin noch. So, das sind jetzt zehn Knights, M4A1S Knights. Und das Einzige, was da rauskommen kann, ist die AWP Dragon-Law. Denn es steht nichts mehr drüber. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mir eine Knight sozusagen zur Verfügung gestellt haben, die mir die gespendet haben. Und denen ich das zu verdanken habe, dass wir das jetzt machen können. Also hier für Team Dragon-Law. Und ich bin gespannt, was wir hier zusammenkriegen. Und Shiko hat aber gesagt, ich muss noch kurz vorher was holen. Das soll Glück bringen, bin sofort wieder da, damit die auch eine gute Seltenheit hat. Bin gleich wieder da. Dann bin ich wieder. So, hätte ich es jetzt nicht geholt und es hätte nicht geklappt, hätte ich gedacht, ich bin schuld, weil ich bin ein abergläubischer Mensch. Und deswegen, jetzt geht's los, Leute. Hausernhard, Leute. Viel Glück, mein Lieber. Viel Glück. Jetzt wird's was. F. N. Please. Einmal Glück im Leben. Wir malen uns einen Schaden noch auf dem Vertrag. Schön groß, ja. Wir müssen uns die Zeit nehmen. Entweder oder. Hier kommt noch ein Auge. Und der Mund. Hier, vielleicht erkennt man ihn. Mit der Maus gemalt. Okay, Leute. Jetzt wird's. Drückt die Daumen, bitte. Natürlich freue ich mich wie ein kleines Kind. Egal, was bei rauskommt. Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass das geklappt hat. Und ja. Schauen wir einfach mal. Oh Gott, es geht los. Es rattet durch. Wir sind erst in 10 Sekunden. Es ist die Dragon Law. So sieht das gute Stück aus. Und sie ist Factory New. Sie ist fucking Factory New. Oh, schickes Ding. Alter Schwede. Alter Schwede, wie's grad auch im Stream-Chad abgeht. Sie ist Factory New. Das ist so krass. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank auch Liana, weil du grad hier bist. Und an alle anderen. Auch an Obi-Summer und Co. Oh mein Gott. Hast du grad noch alle Namen im Blick, dass du nochmal alle vorlesen kannst, oder? Dazu gehören Xenon, X-Wing, DJ Flock, Bumblebee, 2BS, Sas, Sa, Herikso, Köki Obisummer, Liana und gerade eben kam ja noch eine. Ich werde ihn zur Not, werde ich ihn noch drunter schreiben. Ach, klar, er ist selig, natürlich. Alter Schwede. Sie ist Factory New. Vielen Dank an alle. Sie live YouTube-Bundeser, ne? Jo. Sie ist auf jeden Fall hübsch. Sie ist unglaublich hübsch.